wunderschönen guten morgen ich grüße euch heute möchte ich mit euch einfach mit krebus ein neues projekt teilen und zwar broschüre zu gestalten also ich zeige euch wie es gibt wir öffnen einfach eine neue datei und vielleicht als vorlage und dann gucken wir wo die broschüre sind wir könnten zum beispiel diese broschüre hier holen und dann haben wir schon die tolle sache drauf aber wir können auch löschen einfach mit der rechten taste und dann löschen also markieren und dann rechte taste lösen jetzt fügen wir einfach unsere eigenen sachen drauf zum beispiel wir könnten einen bildrahmen anfügen zunächst und dann mit der rechten taste holen wir ein bild laden wir einfach ein bild aus unserem bild ordner also das bild haben wir schon wir können einfach auch das bild größer machen oder kleiner machen wie wir das haben wollen also die position könnten wir auch hier einfach verändern wie wir das haben wollen sie sehen schon was man damit machen können also sie sehen ja wo man dann auch einfach sagen mit der rechten taste bild an rahmen anpassen oder sie drücken rahmen an bild anpassen sie sehen schon was wir erreicht haben also ein bild haben wir im hintergrund und jetzt können wir auch einen text dazu verpassen zum beispiel textrahmen und dann schreiben wir hier oben einen text dazu und dann auf den rechten seite drücken sie einfach auf den text und dann bearbeiten sie den text die schriftart könnten sie einfach hier bearbeiten also einfach eine andere schriftart so aussuchen wie es euch gefällt und dann die schriftflüge können sie auch hier ich markiere erstmal damit sie besser sehen was ich damit meine also markieren und dann könnten sie auch hier die schriftgröße verändern und dann die zeilenabstand können sie auch hier verändern wie sie das haben wollen und ich zeige euch noch mal sehen schon was sie erreicht haben die ausrichtung können sie auch hier sehen schon links rechts zentriert und alles oder als block sein also man kann damit sehr tolle sachen machen wir können auch die maximalföhe die position einfach ändern und sehen schon was wir damit erreichen könnten also und sie könnten auch die abstand zwischen oben also die obere kante die untere kante und die andere kante einfach erzeugen also indem sie einfach hier drücken wie ich euch beigebracht habe den hintergrund könnten sie noch mal hier bearbeiten sie wählen sie wählen sie wählen sie wählen sie wählen und sie wählen und einfach eine farbe hier pada das so lass die es sich dann schauen mal hier durch die chicke schauen mal hier mit der fad Guten und das wo sie da machen würden andere party gehen und dann drücken sie einfach drauf dann könnten sie einfach bearbeiten sie das haben wollen. Sie sehen schon was wir damit erreichen würden. Sie könnten auch eine Form dazu verpassen. Die Deckkraft könnten Sie auch hier ein bisschen anstellen. Sie sehen schon was wir machen. Da kann man ein bisschen besser sehen. Sie sehen also was wir damit erzeugen könnten. Die Deckkraft könnten Sie ein bisschen, ja, so pangbarein machen. Und jetzt könnten Sie auch eine Form dazu verpassen. Denn Sie einfach die Form drücken und dann bearbeiten. Eine Form hier wirklich aussuchen. Das braucht wirklich so gefällt. Und dann drückt ihr einfach drauf wenn ihr das gefunden habt. Und ihr könnt einfach, ja, den Text sieht man noch nicht mehr so ganz. Aber ihr könnt einfach verändern. Entweder mit der Schriftart oder mit der Schriftgröße. Und also alles einfach machen wie ihr wollt. Also man kann auch tolle, wirklich tolle Sachen damit erreichen. Und ich zeige euch nochmal wie man einfach, ja, die Schriftfarbe auch ändern kann. Wir könnten auch in weiß, wie Sie sehen. Oder in blau. Oder in rot. Wir können auch unseren Text unterschreiben. Also unterschreiben. Und man kann tolle Sachen damit erzeugen. Also den Text haben wir in schwarz jetzt. Aber wir können auch in andere Farben so aussuchen. Also schwarz, weiß und alles. Also in weiß können wir auch lassen. Also. Und wir können auch nicht nur Tröckler haben. Sondern auch Boll. Also Fett haben. Also. Und Sie sehen schon. Ich wollte euch nochmal zeigen, was man nochmal damit anfügen kann. Ihr könnt auch so eine Linie anfügen. Zum Beispiel von da bis da. Eine Linie da anfügen. Ja. Und da könnten Sie nochmal einen kleinen Text anfügen. Oder ein B nochmal anfügen. Also alles, was ihr wollt, könnt ihr einfach hier anfügen. Man kann auch einen Text. Und da schau mal vielleicht einfach einen Titel da. Titel. Und da können Sie auch den Titel bearbeiten. Und auf Text drücken. Und den Titel einfach größer machen. Und vielleicht Boll in Boll schreiben. Fetter schreiben. Und dann holt ihr nochmal einen Bildrahmen. Und dann einfach wieder rein tun. Und damit ein Bild laden. Wie ich euch beigebracht habe. Und dann könnt ihr einfach so weiterspielen. Und da auf dem Bild einfach Bild an Rahmen anpassen. Oder Rahmen an Bild anpassen. Wie Sie aufdrücken. Also da habt ihr schon was erreicht. Ich zeige euch in Ansicht. Wie es ist. Dann könnt ihr sehen, was ich schon gemacht habe. Also ich hoffe euch geholfen zu haben. Und freue mich auf demnächst das nächste Video mit euch zu teilen. Ich hoffe euch. Und ich hoffe euch. Ich hoffe euch.